Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir in die Steiermark blicken, denn dort findet im Herbst die nächste Landtagswahl statt und im März ist ein neues Umfrageergebnis von OGM reingekommen und das wollen wir uns in diesem Video einmal genauer anschauen. Ansonsten gilt, der Stand der Dinge für dieses Video ist der vergangene Mittwoch, also der 3. April 2024 und ja, das Ergebnis von OGM, das stammt vom 5. März 2024, ist also so gut wie ein Monat alt, beziehungsweise bei Erscheinen dieses Videos tatsächlich ein Monat alt. Ja, schauen wir uns das Ergebnis von OGM einmal genauer an und da sehen wir, was Rang 1 betrifft, gibt es da einen Dreikampf zur Zeit zwischen der FPÖ mit 25%, der SPÖ mit 24% und der ÖVP mit 23%. Diese einzelnen Ergebnisse haben für die Parteien aber ganz unterschiedliche Bedeutungen, denn die FPÖ wird sich durchaus freuen über klare Zugewinne, die ÖVP dagegen nicht über im Grunde katastrophale Verluste und ja, die SPÖ, die stagniert im Grunde und das ist für die SPÖ eigentlich auch nicht so gut, denn die 23,0% von 2019 waren der historische Tiefstand und mit 24% jetzt liegt man da gerade mal ein bisschen oberhalb des schlechtesten Ergebnisses jemals in der Steiermark. Und apropos schlechtestes Ergebnis in der Steiermark jemals, mit den 23% würde die ÖVP dieses historisch schlechteste Ergebnis erreichen, denn bis dato ist das schlechteste Ergebnis ein Wert von 28,5% und stammt aus dem Jahr 2015. Da liegt die ÖVP in sämtlichen Umfrageergebnissen aus diesem Jahr unten, drunter und unterhalb. Ja, also eine spannende Kiste zwischen FPÖ, SPÖ und ÖVP und am Ende ist vielleicht gar nicht so wichtig, wer stärkste Kraft wird, sondern vielleicht wer eben nicht drittstärkste Kraft wird, wenn es darum geht, die Position des Regierungschefs zu bekleiden. Dazu dann nachher mehr. Ja, auf Rang 4 gehen wir mal weiter, haben wir die KPÖ, die liegt bei 13%, die liegt klar im Aufwind, würde ihren Stimmanteil mehr als verdoppeln im Vergleich zu 2019 und wäre sicher im Landtag vertreten. Die Grünen liegen bei 9%, müssen ein paar Verluste einstecken und sind tendenziell sicher im Landtag trotz allem vertreten. Ein Fragezeichen bleibt, warum erkläre ich euch gleich. Und bei NEOS weiß man es überhaupt nicht, mit den 5% könnte es reichen, es könnte aber auch nicht reichen. Und warum das so ist, dazu dann auch gleich mehr. Nehmen wir es erstmal so zur Kenntnis, NEOS, da müssen wir ein großes Fragezeichen dahinter setzen, bei den Grünen kann man eher sagen, dass sie im Landtag vertreten sein werden. Also Grüne unter Verlusten, NEOS halten mehr oder weniger das Niveau, die sonstigen kommen auf 1% spielen keine Rolle. Ja, und jetzt schauen wir mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Da sehen wir ein großes Plus bei der FPÖ, plus 7,5% Punkte. Wir sehen ein ähnlich großes Plus bei der KPÖ, plus 7,0% Punkte. SPÖ und sonstige liegen bei plus 1% Punkt. Die SPÖ verändert sich also kaum. NEOS verändert sich auch kaum, minus 0,4% Punkte. Die Grünen dagegen verlieren doch deutlich, minus 3,1% Punkte. Und die ÖVP verliert am deutlichsten minus 13,1% Punkte. Und die ÖVP muss tatsächlich fürchten, das Amt des Regierungschefes abgeben zu müssen nach der Landtagswahl. Aktuell wird es seit dem 4. Juli 2022 von Christopher Drexler bekleidet. Und er hat im Laufe der Legislaturperiode von Hermann Schützenhöfer übernommen. Und er führt jetzt die ÖVP also in diese Wahl rein. So, jetzt kommt ja eigentlich der Moment, der sehr spannend ist. Nämlich, wie sieht die Sitzverteilungsprognose aus und was bedeutet das für die Koalitionsoptionen? Das Problem ist, mit den Ergebnissen von OGM kann ich euch keine Sitzverteilung anbieten. Denn die Sitze werden im ersten Schritt nicht nach dem Gesamtergebnis vergeben, sondern nach den einzelnen Ergebnissen in den vier Wahlkreisen. Und da OGM hier keine, soweit ich das sehen kann, Ergebnisse für die Wahlkreise mitgeliefert hat, kann ich euch auch nicht berechnen, wie die Sitzverteilung tatsächlich aussieht. Wer sich dafür interessiert, wie die Sitzverteilung zustande kommt, dem erkläre ich das am Ende dieses Videos. Ansonsten nehmt erstmal das hin, dass das nicht so möglich ist, aufgrund dieser Werte die Sitzverteilung zu ermitteln. Was aber ich an dieser Stelle sagen kann, ist, dass die 5% von NEOS wirklich eng werden könnten. NEOS müsste im Minimalfall mindestens so etwa 5,89% im Wahlkreis 1 erreichen, um weiterhin im Landtag vertreten zu sein. Denn sollte NEOS dieses Ziel verfehlen, dann werden sie wahrscheinlich auch den Einzug in den Landtag komplett verfehlen, denn die mathematischen Hürden in den anderen Wahlkreisen, die liegen höher und können sogar bis zu 11,11, also Periode 1%, betragen im Wahlkreis 3. Und das ist dann eher unwahrscheinlich, dass NEOS da in diesem Wahlkreis so gut performt. Und weil diese maximale Hürde bei 11,1 Periode liegt, ist auch bei den Grünen noch ein Fragezeichen zu versehen. Sie könnten ja 9% insgesamt haben, aber in den entscheidenden Wahlkreisen doch schlechter performen, als die mathematische Hürde es vorgibt. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich, mit diesen 9% nicht im Landtag vertreten zu sein. Also Haken dran bei den Grünen eher als bei NEOS. Bei NEOS ist wirklich ein großes Fragezeichen da. Ich habe mal trotzdem versucht, so grob zu ermitteln, welche Koalitionsoptionen könnten denn so in etwa gehen. Und ich habe die jetzt mal hier entweder eher gelblich, orange markiert, wenn es möglich ist, aber vielleicht auch nicht reichen wird, und grün markiert, wenn es wohl eher dazu reichen wird. Was SPÖ und ÖVP betrifft, sei gesagt, es könnte reichen, aber es sieht momentan eher nicht danach aus. Aber behalten wir auch mal im Hinterkopf. Ansonsten gehen SPÖ und FPÖ und ÖVP und FPÖ und die Dreierbündnisse SPÖ, Grün und ÖVP, beziehungsweise SPÖ, NEOS und ÖVP. Und ja, diese Dreierbündnisse sind auch gerade entscheidend für die Aussage, die ich vorhin getroffen habe, denn es könnte ja entscheidend sein, nicht wer am Ende Erster wird, sondern wer am Ende wirklich Zweiter ist. Denn wenn die SPÖ vor der ÖVP sein wird, Rang 2 und Rang 3 aktuell, dann würde die SPÖ den Landeshauptmann stellen und sollte die ÖVP doch stärker werden als die SPÖ, dann könnte sie in diesen Dreierbündnissen die Position des Regierungschefs verteidigen und doch noch irgendwie bewahren, trotz eines katastrophalen Ergebnisses. Nur in den Bündnissen mit der FPÖ würden SPÖ und ÖVP aktuell den Kürzeren ziehen, da müssten sie schon stärker werden als die FPÖ, damit diese Bündnisse von ihnen angeführt werden. Das ist also der aktuelle Stand der Dinge und ihr könnt im Prinzip sagen, okay, das reicht mir jetzt für dieses Video, ich mache hier Schluss. Gerne, wer jetzt nochmal genauer wissen will, wie das mit diesen Sitzen funktioniert, der kann jetzt dranbleiben, das erkläre ich jetzt nochmal ganz schnell. Also es gibt 48 Sitze in der Steiermark und es gibt vier Wahlkreise und diese Wahlkreise können in einem ersten Schritt eine bestimmte Zahl von Sitzen maximal vergeben. Der Wahlkreis 1, Graz und Umgebung kann 16 Sitze maximal vergeben, der Wahlkreis 2, die Oststeiermark, kann 11 Sitze maximal vergeben, der Wahlkreis 3, die Weststeiermark, kann 8 Sitze maximal vergeben und der Wahlkreis 4, die Obersteiermark, kann maximal 13 Sitze vergeben. Entscheidend, um an die Sitze in den Wahlkreisen zu kommen, ist das Ergebnis in den Wahlkreisen selbst. Also nochmal mit anderen Worten, 5% insgesamt spielen für Neos im Wahlkreis 1, Graz und Umgebung keine Rolle, um an Sitze zu kommen, sondern es geht darum, wie stark ist Neos wirklich in diesen Wahlkreis 1 geworden. Und dann wird nach dem sogenannten Hagenbach-Bischof-Verfahren die Zahl der Sitze, beziehungsweise werden die Sitze, auf die Parteien vergeben. Und da gibt es eben bestimmte mathematische Hürden, die übersprungen werden müssen, um überhaupt an Sitze zu kommen. Ich habe sie ja vorhin genannt, also so etwa 5,89% in Wahlkreis 1, Graz und Umgebung, ja so etwa 8,4% im Wahlkreis 2, 11,2% im Wahlkreis 3 und 7,2% in Wahlkreis 4. Das sind ja jetzt so die gerundeten Werte. Und so kann es tatsächlich also zum Beispiel auch vorkommen, dass eine Partei insgesamt, sagen wir mal, 7% hat, aber in Graz die 5,89% nicht schafft, dafür in der Weststeiermark bei 10% liegt, aber in beiden Fällen eben diese Hürde nicht überspringt und deswegen keinen Sitz bekommt. So, jetzt wird nach dem Hagenbach-Bischof-Verfahren die Anzahl der Sitze verteilt auf die Parteien und dann bleiben in der Regel noch Stimmen übrig und Sitze übrig, die dann immer noch in einem zweiten Schritt vergeben werden. Da wird dann nicht das Hagenbach-Bischof-Verfahren bemüht, sondern das Dehonsche-Verfahren und da werden die Sitze nur an jene Parteien vergeben, die in einem der Wahlkreise auch mindestens einen Sitz geholt haben. Also zum Beispiel jetzt auch wieder auf NEOS bezogen, wenn NEOS wirklich in jedem Wahlkreis die Hürde nicht schafft, dann spielen auch die 5% insgesamt zum Beispiel keine Rolle bei den übrigen Sitzen, die noch zu vergeben sind nach dem ersten Ermittlungsverfahren. Also, klingt durchaus kompliziert. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht. Wenn es kompliziert geblieben ist, ist es auch nicht schlimm. Ich hoffe einfach mal, dass wir beim nächsten Video wieder Werte mitgeliefert bekommen für die Sitzverteilungsprognose. So setze ich jetzt abschließend einen Punkt und sage, das war's für dieses Video. Herr, das war's für das Video.